Herzlich willkommen zurück bei Fittorial. Heute zeigen wir euch Variationen unseres schönen Paddlers, damit ihr diese Variationen in euer Workout einfließen lassen könnt. Dazu erstmal ganz kurz noch mal als Wiederholung. Was haben wir uns beim Paddler gedacht? Bauchlage. Bei der Narbenziehung nicht fehlt. Arme lang vor, Beine zurück, Po anspannen die ganze Zeit. Jetzt angespannt. Sehr gut. Und dann Arme einfach paddeln, wie so ein Taucher. Ich bin noch nie getaucht, ich behaupte das einfach. Blick zum Boden, entspannter Nacken, Bauchnabel wegsaugen vom Boden. Und wie immer gilt, jetzt haben wir das wochenlang gemacht, sind schon richtige Paddelweltmeister. Wie können wir das variieren? Wir brauchen einen Anreiz. Zum Beispiel, dass du die Füße öffnest und schließt und dabei die Ellbogen immer zurück ziehst. Das wäre eine Möglichkeit, diese Übung zu variieren. Auch hier hast du den unteren Rücken mit drin, weil du die Beine vom Boden löst und der obere Rücken arbeitet. Immer gerne schöne Schulterblätter zueinander ziehen, möglichst aktiv arbeiten. Finde ich gut, dass du dabei so reden kannst. Ich muss mich anstrengen, dass ich nicht angestrengt aussehe. Das ist der Unterschied, wenn man fit ist oder nur so tot. Hast du noch eine Variation dafür? Ja, man könnte mit Beinen in der Luft oder optional am Boden, die wundervolle Schwalbe. Ich guck einfach zu. Guck du mal zu. Die Brust ist vom Boden gelöst. Wir wollen ja eine Grundspannung in der Rückenmuskulatur haben und dann rotierst du einfach von einer Seite auf die andere. Kannst du dir überlegen, welchem Tempo du machst. Je langsamer und genüsslicher desto mehr hat der Rücken davon. Und dann hast du auch gleichzeitig so eine Rotation in deiner Wirbelsäule. Sieht gut aus. Sind das schon unsere Variationen? Das sind unsere Variationen. Ich setze mich mal hin, ich sehe ein bisschen komisch aus. Ja, also das auch wieder als Möglichkeit, den Paddler ein bisschen zu variieren. Und da das Video bei sonst eventuell etwas kurz geraten ist, noch eine kleine Ansage von mir an dieser Stelle. Viele fragen sich jetzt vielleicht, ja, ihr zeigt uns nur so Übungen. Wie lange soll ich das denn machen? Jetzt kommt die blöde Antwort. Eigentlich immer. Denn es gibt im Grunde kein richtiges Ziel im Sinne von, wir machen das jetzt zwei drei Monate und dann sind wir fertig. Dann reicht das für ein Leben. So funktioniert es leider nicht. Es ist wesentlich komplizierter eigentlich nicht. Man muss sich nur damit abfinden. Nur langfristiger. Ja, langfristiger. Ihr müsst immer irgendwas machen. Deswegen geben wir euch ja verschiedene Variationen, verschiedene Ideen, versuchen euch irgendwie zu motivieren. Auch ich habe gemerkt jetzt, bevor wir den Urlaub hier gemacht haben, habe ich so ein paar Übungen schleifen lassen. Ich habe ein bisschen was anderes wieder gemacht und habe auch direkt gemerkt, dass diese Übungen wieder schlechter gingen. Also das heißt, der Körper ist halt gnadenlos. Was wir nicht regelmäßig machen, wird wieder abgebaut. Deswegen auf der einen Seite ein bisschen ernüchternd vielleicht. Man muss es immer weitermachen. Auf der anderen Seite, wenn man sich mal mit abgefunden hat. Es gibt ja auch sehr viel. Und deswegen nicht aufgeben. Einfach im Kopf sich klar machen. Ihr seid ab jetzt Sportler und mit verschiedenen Übungen werdet ihr fit. Ich schwöre es euch. Macht's gut und auf Wiedersehen.